Sommer, Ferien, Reisezeit. Wie jeden Sommer entführe ich sie in meiner literarischen Sommerserie mit einer Reihe von spannenden Romanen und Krimis an interessante Orte auf der ganzen Welt. Diese Woche führt die Reise nach Venedig. In der grandiosen Kulisse der Lagunenstadt ermittelt Kommissario Guido Brunetti bereits zum 33. Mal. Diesmal hat Dona Leon fast ein Kammerspiel vorgelegt. Tragende Figuren der Handlung sind neben Brunetti nur gerade Kollegin Claudia Griffoni, die clevere Signorina Elettra und Bocchese, der technische Leiter des Polizeilabors. Alle anderen Figuren treten in den Hintergrund. Selbst Sargent de Vianello, sonst ein loyaler Sidekick von Kommissario Brunetti, taucht nicht auf. Vice Questore Pata, Brunettis ewig opportunistischer Chef, scheint gar von akuter Altersmilde befallen zu sein. Anhand des Falls, mit dem sich Brunetti beschäftigt, führt uns Dona Leon in zwei grosse Themen ein. Da sind zum einen die Babygangs in Venedig, rivalisierende Teenager-Gruppen, die miteinander kämpfen und dabei randalieren. Zum anderen ist es der Anschlag von Nasseria. Am 12. November 2003 griffen im Irak zwei Selbstmordattentäter eine italienische Militärbasis an. 28 Menschen verloren ihr Leben, darunter viele Carabinieri. Einer der Überlebenden ist der Vater eines Teenagers, der in einer Babygang mitmacht. Der Mann wurde bekannt als Held von Nasseria. Aber war er das wirklich? In meinem 214. Buchtipp sage ich Ihnen diese Woche, warum sich die literarische Reise nach Venedig lohnt. Mein Name ist Matthias Zehnder. Ich gebe Ihnen, wenn Sie meinen Kanal und meinen Newsletter abonnieren, jede Woche einen Lesetipp. Ein Buch, das ebenso intelligent wie unterhaltend ist. Diese Woche Feuerprobe von Dona Leon. Am 1. Mai 2003 erklärte US-Präsident George W. Bush den Irak-Krieg für siegreich beendet. Gemeinsam mit einer Koalition der Willigen waren amerikanische Truppen in den Irak einmarschiert und hatten die Hauptstadt Bagdad erobert. Das hatte aber nicht zur Folge, dass im Irak der Friede einkehrte. Es folgte eine acht Jahre während der Besatzungszeit mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen und zahlreichen Terroranschlägen. Einer dieser Anschläge war ein Selbstmordattentat am 12. November 2003 auf das Hauptquartier der italienischen Carabinieri, der Multinational Specialized Unit MSU in Naziria, südlich von Bagdad. Ein mit Sprengstoff beladener Tanklastwagen fuhr in den von der Armee und den Carabinieri besetzten Stützpunkt Maestrale. 28 Menschen verloren dabei ihr Leben, darunter 19 italienische Carabinieri. Der Anschlag gilt als eines der schlimmsten Ereignisse in der italienischen Militärgeschichte seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Kommissario Guido Brunetti erinnert sich an diesen Anschlag, weil ein 15-jähriger Junge nach der Festnahme einer Babygang in der Nacht nicht von der Polizeiwache abgeholt wird. Kollegin Claudia Griffoni, die in dieser Nacht Dienst hat, begleitet deshalb Orlando, so heisst der Junge, nach Hause. Als sie Brunetti am nächsten Tag von dem Vorfall erzählt, kommt ihm der Name von Orlandos Vater bekannt vor. Dario Monforte war 2003 der Held von Nassiria. Als Angehöriger des 13. Carabinieri-Regiments Friuli Venezia Giulia hatte er am Militäreinsatz im Irak teilgenommen. Nach dem Anschlag auf den Stützpunkt Maestrale in Nassiria hatte er zwei Kameraden aus dem Inferno gerettet. Offenbar hatte er sich aus einem noch intakten Gebäudeteil in die Flammenhölle des Innenhofs gestürzt und zwei Kameraden in Sicherheit geschleppt, war dann aber selbst zusammengebrochen. Sechs Monate lag Dario Monforte danach in einem Verbrennungszentrum, zunächst in Barcelona, dann in Kopenhagen. Ein halbes Jahr nach dem Anschlag kehrte er zurück nach Venedig, fürs Leben gezeichnet und entstellt, aber als Held. Die Frage ist, war Monforte wirklich der Held, als der er gefeiert wurde? Brunetti fallen eine ganze Reihe von Ungereimtheiten auf. Zunächst kam die Heldengeschichte den Carabinieri äusserst gelegen. Sie lenkte davon ab, dass der Tanklastwagen voller Sprengstoff niemals so einfach in den Stützpunkt hätte gelangen dürfen. Dann fragt sich Brunetti, ganz Polizist, wovon der einstige Held heute lebt. Offenbar arbeitet er als freiberuflicher Sicherheitsberater. Als Brunetti Monforte begegnet, blitzt an dessen Handgelenk Metall auf, eine Rolex Submariner. Das weckt die Aufmerksamkeit von Brunetti. Wie kann sich Monforte eine so teure Uhr leisten? Gemeinsam mit Signorina Elettra beginnt er, die Archive nach dem Einsatz der Carabinieri im Irak zu durchforsten und stösst dabei auf eine Geschichte, die ganz und gar nichts Heldenhaftes an sich hat. Ähnlich wie etwa Francesca Melandri in ihren Romanen nutzt Donna Leon ihre Krimi-Reihe, um uns mit einem düsteren Kapitel der italienischen Geschichte zu konfrontieren. Das Engagement der italienischen Truppen im Irak, die Ausbeutung des besetzten Landes, des Kunstraubes und der schmutzige Handel mit Antiquitäten. Und dann sind da die Babygangs von Venedig. Sie geben Brunetti Rätsel auf. Er kann nicht nachvollziehen, warum sich Jugendliche gegenseitig verprügeln, um in den sozialen Netzen Aufmerksamkeit und Likes zu sammeln. An einem milden Dienstagabend im April brach in Mestre das Chaos aus. Als zwei Gangs von Minderjährigen, eine aus Venedig und eine aus Mestre, sich kurz nach Mitternacht auf der Piazza Ferretto trafen, um hätte man einen der herbeigerufenen Polizisten oder die Eltern der Jungen oder gar die Jungen selbst dazu aufgefordert, diesen Satz zu vervollständigen, sie hätten es nicht gekonnt. Denn die Babygangs verfolgten kein Ziel mit dem, was sie einander antaten. Zumindest kein Ziel, das sie einem Erwachsenen hätten erklären können. In den sozialen Medien wurde geprahlt. Wir sind stärker als sie. Wir haben mehr Likes auf Instagram. Die Jungs im Viertel schauen zu mir auf. Wir beschützen einander. Nein, sie wollten nichts stehlen. Nein, sie kannten keinen von den Jungs in den anderen Gangs. Nein, sie hatten nichts gegen sie und wollten ihnen keinen Schaden zufügen. Doch sie wollten ihren Raum und die anderen nicht weniger, also musste das ausgefachten werden. Jeder hielt sich für den Stärkeren. Woran genau sich das messen liess, konnte niemand erklären. Doch alle beanspruchten die Überlegenheit für sich. Brunetti kam da nicht mehr mit. Und es machte ihm Angst. Die Gangs suchten emotionale Bestätigung, Furcht, Bewunderung, Respekt. Es ging ihnen weder um Profit noch um Besitz. Diese beiden heiligen Kühe des Kapitalismus. Ihnen lag nichts daran, ihre Opfer zu berauben, Häuser zu plündern, Köpfe auf Lanzen zu spiessen und auszustellen. Sie filmten einfach nur ihre Schlägereien und posteten sie überall. Rühmten sich der Zahl ihrer Follower, die nach jeder Schlacht mit einer rivalisierenden Gang sprungartig anstieg. Sie brüsteten sich mit ihrer Fähigkeit, Schmerz zuzufügen und als Sieger vom Platz zu gehen, was immer das heissen mochte. Ihr Lohn war ebenso vergänglich. Jemand klickte Ja oder Like, lobte womöglich gar mit ein, zwei Worten ihren Kampf mit der anderen Gang, die gleichermassen auf ihren Nachruhm bedacht war und auf Zustimmung hoffte. Eilten sie alle nach Hause, um die Kommentare im Internet zu lesen? Das Rätsel um die Babygangs kann auch Donna Leon nicht lösen. Sie konfrontiert die Jungs am Ende des Buchs in einem fulminanten Finale mit der brutalen Realität. Das ist die Feuerprobe, die dem Roman den Titel gibt. Ja, und was bleibt von Kommissario Brunettis 33. Fall? Wie fast in jeder der vorangegangenen Folgen setzt Donna Leon auch mit diesem Roman «Das Schönheit von Venedig» ein kleines Denkmal. Dabei preist sie nicht die ohnehin bekannten touristischen Hotspots, sondern huldigt der stillen und der historischen Schönheit der Stadt etwa in dieser Szene, in der Brunetti und seine Frau Paula nach einem späten Abendessen bei den Faliers zusammen durch die Stadt nach Hause schlendern. Draussen in der Galle schlug Brunetti vor, den längeren Heimweg über die Academia-Brücke zu nehmen. Die Kinder mussten sich von keinem Influencer einflüstern lassen, dass sie den kürzeren Weg bevorzugten, ohne die Kletterei über zwei Brücken Academia und Rialto. Eltern und Kinder trennten sich am Campus an Barnaba. Brunetti und Paula schlenderten Richtung Academia. Zu dieser Zeit fuhren die Vaporetti nach dem Nachtfahrplan, doch sie schauten gar nicht, wann das nächste kam. Viel schöner war es, Arm in Arm nach Hause zu spazieren. Oben auf der Academia-Brücke blieben sie in einträchtigem Schweigen stehen, mit freier Sicht auf den Mond. Beiden fehlten die Worte für die Vollkommenheit rund umher. Brunetti witzelte bisweilen angesichts der übermässigen Schönheit ihrer Stadt, doch an diesem Abend sagte er vollkommen überwältigt kein Wort, bis sie schliesslich weitergingen. Man spürt aus den Beschreibungen von Venedig immer wieder, wie sehr Dona Leon selbst diese Stadt liebt und verirrt. In starkem Kontrast dazu steht ihre Kritik an der italienischen Politik, dem Filz zwischen Wirtschaft und Verwaltung, der Korruption. Immer wieder weist sie darauf hin, wie viel in Italien reine Fassade ist. Eine Fassade, die zuweilen tiefe Risse aufweist und bröckelt. Das ist die zweite Konstante in den Romanen rund um Guido Brunetti. Die dritte, das sind seine Beziehungen. In vielen Krimis sind die Kommissare und Ermittler selbst beschädigte Menschen mit dunklen Seiten. Bei Dona Leon ist das anders. Guido Brunetti ist ein glücklicher und, soweit wir das beurteilen können, ist ein gesunder Mann. Er liebt seine Frau Paola, seine beiden Kinder Raffi und Chiara und seine Schwiegereltern. Und seine Bücher. Vom Familienleben der Brunettis zu lesen, ist deshalb geradezu erholsam. Der Kommissario ist älter geworden. Sein Alter hat mit der Zahl der Krimis aber nicht Schritt gehalten. Dona Leon ist jetzt 82 Jahre alt. Ich bin ihr einige Male persönlich begegnet und habe sie immer als eine humorvolle und energische Frau erlebt, die sich selbst nicht allzu ernst nimmt. Dem Roman ist ihr Alter kaum anzumerken. Der Text strahlt vielleicht mehr Gelassenheit aus als früher. Wenn es um die Touristenmassen und um die Scheinheiligkeit der italienischen Politik geht, schlägt die Gelassenheit manchmal in Resignation um. Wenn es um den Helden und seine Verbrechen geht, wird daraus Versöhnlichkeit. Auch deshalb tut die Lektüre des Romans gut. Feuerprobe, Kommissario Brunettis 33. Fall von Dona Leon ist, übersetzt von Werner Schmitz, im Diogenes Verlag erschienen und das vierte Buch meiner diesjährigen Sommerserie. Alle Angaben dazu und alle übrigen Buchtipps finden Sie, wie immer, auf meiner Homepage. Lesen Sie gut. Lesen Sie gut.